Pixi! Guten Tag! Mein Name ist Max Höfler. Ich bin der Literaturbeauftragte des Forum Stadtparks und möchte Sie auf diesem Wege recht herzlich in das Forum Stadtpark einladen, und zwar zur folgenden Literatursause, zu der ich, wie auch mein Sohnemann Heribert Keksel-Weber, aber sie recht herzlich und so weiter und so fort, Punkt und so weiter. Ich gebe Ihnen Gründe, warum Sie dorthin kommen sollten, und zwar erstens N. Cotton, die von überall herkommt und überall hinfährt und wunderbar dichtet, Bert Pappenfuß, der Berliner Wüterich, dann Florian Neuner, eine Literaturzeitschrift-Herausgeber, der Grazer Alexander Micheutz, dann noch Margret Kreidl, die weiß, wo der Badl den Most herholt und den Männern zeigt, was Literatur ist, dann noch, und äußerst, ja, das ist Keksels Liebling, Ulf Stoltervoth, der wunderbare Berliner Lyriker und Lyriker-Knappe, ja, seien Sie vernünftig und kommen Sie ins Forum Stadtpark, und zwar am 2. und 3. September 2011 um 20 Uhr, gratis Eintritt, extra! Keksel wird es danken, und bis morgen! Vielen Dank.